hallo ist martin für meine manche ist dass die dax analyse für nun freitag den 26 8 2022 unser dax hatte nun seine ampelsignale naja sagen wir mal nach oben orientiert sie sagen grün gelb rot das hat man gestern gestern haben wir gesagt ich kriege meinen tagesschart dass sie an der grüne kerze steht unten am ups unten am band eine grüne kerze steht und er durchaus jetzt in den konter gehen kann wenn es ihm gelingt über die 245 zu gehen also über das hoch der vortages kerze das ist ihm gelungen ziel sollte dann sein 3 54 45 und der geht das bei 45 und gesehen haben wir erstmal die 350 so damit hat er sich dann doch deutlicher auseinandersetzen müssen ist auch noch mal ein gutes stück in das geb reingelaufen hat das aber nicht ganz geschlossen und ja hat dann aber seinen tagesgewinne wieder eingefordert die er vorher schon wieder abgegeben hat also sieht eigentlich ganz gut aus und lässt natürlich den freitag jetzt hier auch noch mal die chance die nächste etage in angriff zu nehmen ja die nächste etage wäre dann hier so im bereich knapp unterhalb der 4 45 bis dann vielleicht sogar schon hier oben diese gäbe kante oder diese 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 tageseröffnungskante von diesem vom montag eigentlich von diesem montag der hier so weggeschrotet wurde dass dann 4 80 werden natürlich ein bisschen optimistisch jetzt knapp 150 punkte momentan tut er sich im anstieg egal wo und wie doch immer schwerer das hat er die ganzen letzten wochen schon immer getan er ist immer aus der bewegung unten raus das sieht alles immer komisch aus egal wo losgelaufen gut hier sieht es mal schön aus aber das ist alles immer so so ganz schön ist das gestarke und gehacke egal wo wie auch das hier guckt man hier von der formation das sieht eigentlich fast genauso aus wie das hier oder so vom 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 aufbau her also der tut sich ja immer deutlich doof anstellen und dann kommt immer so ein zwei tag die so richtig noch mal grün raus stehen und dann ist erst mal wieder gegenbewegung also eigentlich fast so synchron zu dem hier so dass ich sagen würde dass man nicht ganz so optimistisch und sein sollte ein bisschen aufpassen muss auch noch für rücksetzer die können immer wieder tief zurückkommen also ich sag mal selbst wenn er jetzt hier so 4 45 420 erreicht der kann auch locker noch mal ohne 300 dann zurück da würde dass ich kein ast abbrechen und wahrscheinlich hinten raus auch bloß wieder steigen ja also da wäre ich wenn er jetzt weiterhin oben performt noch vorsichtig und nicht zu übermütig bitte ja also da kann man ruhig an wichtigen niveaus einfach mal was realisieren und dann wahrscheinlich den rücklauf wieder nutzen um tiefer noch mal zuzusteigen so sollte er gar nicht oben rauskommen und diese vorfolge einfach direkt zu boxen wird er das gäbe schließen dann würde in die 1 90 zurückgelaufen und wahrscheinlich auch relativ direkt dann dann würde einfach die bewegungs würde hier noch mal von hier nach unten wegtreten dann hätte hier so ein kleiner abc gestellt also das wäre sage ich das bewegungs ziel auf der unterseite wenn er schwach tendiert zum freitag wenn er wirklich schwach tendiert ja kann er erreichen in letztendlich zwei drei stunden ja 190 und dann erstmal wieder stabilisierung nach oben ja ansonsten sieht das mal ja muss man schon sagen ein bisschen positiver aus tageskertze jetzt also im tag ist auf jeden fall aufgedreht das ist erkennbar egal ob ich jetzt eine stochastik rsi oder was auch immer hinzuziehe das würde jetzt ein bisschen nach oben auflockern einfach überverkauftheit abbauen die man nach unten hatten und ja ist schon ein bisschen platz guck mal also auf jeden fall oberhalb vom donnerstag für den freitag letztendlich auch wieder ein kleines kaufsignal nach oben da kann ich gar nicht mitgeben wünsche ich euch gutes gelingen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder hören wir uns am morgen ist freitag hören wir uns am sonntag wieder für das video zum montag bis dahin tschüss